Der Prime und der Lukas. Lukas, was lese ich da? Ich muss mich fragen, ihr habt auf den Transfermarkt zugeschlagen. Aus Batschenbrunn ist Lukas gekommen. Nein, aber ohu, ihr habt mich sofort genommen. Eine optimale Vorbereitung auf ein Spiel ist für jeden Fußballer das Ziel. Doch leider hast du oft verletzt. Für deine Konvention ist das wie die Fest. Beim Training warst du deshalb nicht so oft, wie unsere Trainer sich das erhofft. Vor einem Jahr haben wir dich noch gar nicht gekannt. Zwischen läuft ein Spiel, und zwar sehr rasant. Drum lieber Lukas, bleib auch in Zukunft treu. Und hab vor deinem Gegner keine Scheu. Komm auch wieder zum Training. Über den Alex kann man sagen, du hast dich wirklich gut geschlagen. Weil schnell zieht er seine Fahnen. Von der Mittellinie bis zu den Fahnen. Gegenspieler haben es nicht leicht, wenn er sprintet federleicht. Sein Einsatz, der ist ungebrochen. An keiner Niederlage ist er je zerbrochen. Wenn Alex auf dem Spielfeld steht, steht es bei ihm, die Post abgeht. Mit Brian spielst du unsere Flügelsange. Den Gegnern wird es oft Angst und Bange. Zwei Gegner mussten meist hinter dir hererzen. Alex, du bist nicht zu ersetzen. Hau drauf. Den Geheimen gut zu schauen ist oft ein Genuss. So denkt man manchmal, er hat keine Lust. Dann hängen die Schultern, der Kopf geht runter. Vor dem Tor tust du dann manchmal Versagen. Mensch, treu. Kopf hoch und nicht versagen. Sein Magenzeiger ist der stramme Schuss, vor dem sich jeder Torhüger in Acht nehmen muss. Zu dem schnellsten der Liga gehört der Ebelstadt Messi. Auf jeden Fall. Kaum einer hält dich, es sei denn er bringt dich zu Fall. Im Tor warst du in der zweiten Augeinhalb zerfangen. Du hast auch hier ein Tor geschossen. Du hast das falsche Tor getroffen. Hau hinter dir sind die großen Vereine her. Der Trainer vom Stützpunkt glaubt deinem Vater sehr. Rein! Bleib bei uns und gib noch mehr Gas. Dann freuen wir uns und heben auf dich unser Weizenglas. Applaus Vielen Dank.